Oh, jetzt ist es schon so weit. Ach, meine Schultüte. Ich komme, ich komme, ich komme. Mama, ich freue mich so auf den ersten Schultag. Ich lerne da bestimmt ganz viele neue Kinder kennen. Hör immer auf das, was du dir sagst. Hallo, ich bin Timmy. Ist heute nicht der erste Schultag? Schon der zweite. Oh nein, Mama sagte heute. Ich will nach Hause. Wie kann man nur so blöd sein? Oh, Mama, das war so fein. Wenn die alle Kinder haben mich ausgemacht und die Lehre schon war total blöd. Ich bin nervös. Untertitelung des ZDF, 2020